Es gibt die Möglichkeit, bei Solana eine 20-fache Wertsteigerung zu sehen. Mir geht es hier in Dubai großartig. Tatsächlich werde ich zur Blockchain Live gehen und dort auf einem Panel sprechen. Es wird ein interessanter Tag für mich und ich werde eine Menge Spaß haben. Wir werden über die neuesten Nachrichten sprechen und ich werde euch erzählen, was bei Bitcoin los ist. Bitcoin steht kurz vor einem großen Anstieg, ebenso wie Solana und darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Außerdem werde ich euch zeigen, wie ihr das Ganze auf bybit.davinci.tv15.com traden könnt. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Stellt auch sicher, dass ihr eure ID unter ns. Okay, ich hoffe, euch gefällt mein neues Setup hier. Es ist noch in Arbeit, noch nicht ganz fertig. Ich habe hier mein I told you so Schild, richtig? Bitcoin auf der einen Seite und das David-Jot-15 Neonlicht auf der anderen. Ich hoffe, ihr genießt es. Ich benutze tatsächlich eine iPhone-Kamera, um das hier aufzunehmen. Und ja, es ist viel besser als das, was ich vorher benutzt habe. Ich denke, es ist sogar besser als die teure Kamera, die ich euch hier zeigen kann. Right here. Diese riesige Sache, die wirklich unnötig ist. Also, lasst uns weitermachen. Der DJ für heute. Wow, wir sind bei einer Marktkapitalisierung von 83 Millionen. Oh nein, wir sind etwas gesunken, weil letzte Nacht alles ein wenig abgestürzt ist. Ich weiß nicht warum, aber Ork findet seinen Weg aus den Tiefen. Wie ihr seht, hatten wir einen starken Einbruch, dann eine Erholung, einen erneuten Rückgang und jetzt haben wir den Boden gefunden. Ork testet gerade erneut die Tiefstände, bevor es nach oben geht. Dasselbe gilt für Waffles, das ebenfalls versucht, die Tiefpunkte zu finden. Es bricht nicht durch seine ultimativen Tiefs und wird deutlich höher steigen. Da habt ihr euer Abenteuer. Oh nein, Pepe hat eine wichtige Linie überschritten. Mal sehen, ob wir das noch anpassen können. Vielleicht könnte man sagen, dass dies die Linie ist, weil es hier einige Berührungspunkte gibt. Ja, mal sehen, ob das die entscheidende Linie für Pepe ist. Kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Ihr findet all diese Links in meiner öffentlichen Telegram-Gruppe, die ich jeden Tag von Montag bis Freitag teile. Trading Bots auf Solana haben am Samstag ein Volumen von 427 Millionen erreicht. Das ist die höchste Aktivität seit 261 Tagen mit 4 Millionen an einem einzigen Tag gezahlten Gebühren. Massiv. Ja, die Meme-Coins sind zurück. Darüber werde ich später sprechen. Die Solana-Charts zeigen eine Tassen- und Henkel-Formation, die auf einen möglichen Anstieg von 2000 Prozent hindeutet. Der Preis von Sol könnte bei etwa 4.500 liegen. Mal sehen, was wir hier haben. Wo ist die Tassen- und Henkel-Formation? Oh, das ist ein logarithmisches Diagramm. Er sagt, dass wir logarithmisch auf 400-500 steigen könnten. Es ist nicht ausgeschlossen, aufgrund des vielen Geldes, das in Bitcoin fließen wird und das stark in Meme-Coins überlaufen könnte. Seid also bereit. Seid also bereit. Lacht nicht darüber. Die Minneapolis-Fed hat kürzlich ein Arbeitspapier veröffentlicht, in dem vorgeschlagen wird, entweder den Handel mit Bitcoin zu verbieten oder ihn stark zu besteuern, um das Defizit aufrecht zu erhalten. In dem Papier, das am 17. Oktober veröffentlicht wurde, fordert die Regierung, den Handel mit Bitcoin zu verbieten oder hohe Steuern darauf zu erheben, wenn sie die dauerhafte Versklavung der Bevölkerung sicherstellen will. Dauerhafte Versklavung, nicht nur Defizite. Ich möchte, dass ihr versteht, was das bedeutet. Warum? Weil die Regierung Geld von der Federal Reserve leiht, die es aus dem Nichts erschafft und dann Zinsen darauf erhebt, was eure Versklavung für immer sichert. Die Regierung zwingt euch zur Zahlung von Steuern mit Androhung von Gewalt und stellt sicher, dass ihr für immer versklavt bleibt. Versucht das zu verstehen. Wenn ihr nicht zwischen den Zeilen lesen könnt, werdet ihr für den Rest eures Lebens Sklaven bleiben. Und ihr verdient es, weil ihr genau das bekommt, was ihr akzeptiert. Wenn ihr bereit seid, Steuern zu zahlen und Sklaverei zu akzeptieren, dann verdient ihr es, Sklaven zu sein. Das ist einfach die Realität. Europäische Investoren haben einen Rekord von 105 Milliarden US-Dollar in US-Bitcoin-ETFs investiert. Während BlackRock's Bitcoin-ETF schnell 26 Milliarden eingesammelt hat. Wow! BlackRock hat sofort 26 Milliarden Dollar eingesammelt. Das Bitcoin-Netzwerk erreicht eine neue Höchstmarke bei der Hashrate, was die Sicherheit des Netzwerks weiter erhöht. Das bedeutet, dass Bitcoin jetzt sicherer ist als je zuvor, da immer mehr Krypto-Enthusiasten das Netzwerk unterstützen und sicherstellen, dass frühere Transaktionen nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das erhöht die Netzwerkstabilität enorm. Das Suchinteresse an Bitcoin ist auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. Fünf Dinge, die ihr diese Woche über Bitcoin wissen müsst. Bitcoin hatte seinen Höhepunkt bei 69.000, ist aber kürzlich stark gefallen. Und das ist ein gutes Zeichen, weil wir uns nahe am Boden befinden. Sobald wir über 79.000 steigen, ist es endgültig vorbei. Auf Wiedersehen! Apex, ihr wisst, ich unterstütze Bybit. Und Bybit hat seine eigene dezentrale Börse sowie den Apex-Token, der in Verbindung mit dieser Börse verwendet wird. Wenn ihr diesen Token kauft und ihn staket, bekommt ihr nicht nur Rabatte auf das Trading an der dezentralen Börse, sondern auch einen Anteil an den Tradinggebühren. So funktioniert das. Deswegen denke ich, dass dieser Token in Zukunft stark explodieren wird, da dezentrale Börsen die Zukunft sind. Also, denkt daran, euch unter Bybit anzumelden. Der Link ist unten in der Beschreibung. Oh, sieht aus, als könnten wir bald eine Einstiegsmöglichkeit bekommen. Lasst uns sehen, ob das der Fall ist. Ihr könnt es auf trading.davincia15.com nachschauen und 10% Rabatt erhalten. Schaut euch diese massive Liquidität an, die in den nächsten Tagen aufgesaugt wird. Wir nähern uns möglicherweise unserem Einstiegspunkt, aber vielleicht ist das richtige Level etwas niedriger. Unser Einstiegslevel liegt bei etwa 64.000. Interessant, vielleicht ist das die richtige Einstiegszone. Wir werden unseren Stop-Loss etwas erweitern, um sicher zu gehen. Der Stop-Loss ist ziemlich hoch, etwa 4%. Also könnt ihr den Hebel nicht stark einsetzen. Vielleicht wäre es besser, langsam nachzukaufen, um das Verlustpotenzial zu minimieren. Ihr könnt immer wieder kleine Beträge kaufen und so euer Risiko verringern. Dann sehen wir, ob uns dieses Ding auf eine Raketenfahrt mitnimmt. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum wird, wie ich vorhergesagt habe, etwas zurückgehen. Ich hatte gesagt, dass es nicht bis auf 2800 Dollar steigen wird, sondern eher bis 2700. Und genau das haben wir erreicht. Schnell zu Solana. Wenn das der Henkel der Formation ist, dann wird es spannend. Sobald Solana ausbricht, geht es über die 200-Dollar-Marke hinaus und danach steuern wir auf 800 Dollar zu. Haltet euch also an eure Solana, denn es kommt. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich werde demnächst ein Video mit Mr. M's Podcast machen. Es wird ein Livestream sein, also schaut euch das an. Gebt einfach Mr. M Podcast in die Suche ein und ihr werdet es finden. Wir sehen uns dort. Cheers!